Nina tritt live auf bei Deutschland's Schönste Frau, beziehungsweise genauer gesagt live in dem Moment, wo sie da bei Guido und seinen, ja, Kandidatinnen saß. Ich dachte eigentlich, okay, ja, bin immer gespannt, wie singt denn die junge Dame, was werden wir da zu sehen, zu hören bekommen? Und ich war noch überrascht. Ah, nein, ich war nicht überrascht, mir war eigentlich schon klar, dass das richtig scheiße wird. Man muss wirklich sagen, das war eine totale Blamage. Es war schief, es war dünn, also kein Druck in der Stimme, da hat das Volumen gefehlt und dann war sie noch nicht mal textsicher. Also Nina hat eigentlich mehr gefaselt als gesungen, weil sie wahrscheinlich mehr faseln als singen kann, beziehungsweise singen kann sie nicht wirklich, sondern nur faseln. Naja, und da die Kandidatin wohl sich mehr mit Beauty-Quatsch beschäftigen als mit wirklichem Gesangskönnen, ist ihnen wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, dass Nina eigentlich gar nicht richtig singen kann. Jedenfalls gewinnt man diesen Eindruck, wenn man sich diesen Rotz da angeschaut hat. Liebe Nina, wie wär's denn, wenn du mal echten Musikern Platz machst? Also solche Leute, wo es nicht nur auf das Aussehen ankommt, sondern die wirklich musikalisch was können. Und ja, wär doch schön, wenn du jetzt mal endlich in Rente gehst und dann endlich mal vorbei ist mit der schrecklichen Nena-Gesingescheiße, dass man seit Jahren immer wieder zu hören kriegt und wo es immer wieder heißt, doch die Nena, sieht das so toll? Ach, und damals in ihrem frechen roten Röckchen, oh, die singen so toll, tolle Texte. Wirk, 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 ganz! Aber zu Nenas Verteidigung muss man natürlich sagen, es gibt auch Leute, die viel schlechter singen als Nena, zum Beispiel Kraftwerk. Ja, das sind die, wo immer dieses Märchen erzählt wird, dass die die allerersten Deutschen waren, die so ein Elektrosoundzeug gemacht haben. Wer's glaubt, erzähl ich.